Wollen wir dann direkt zurückrennen looten oder machen wir erst durch? Wir machen erst fertig, oder? Okay. Einer fehlt noch, warte. Warte, ich bin gleich da. So, jetzt so. Ach, ich müsste ja wieder mit dem alten anfangen schreien. Ja. Du hättest wissen müssen, dass es ein Fehler war, hier zu kommen. Zum Glück hab ich gesendelt, dass sich um angeschwemmtes Treibblut kümmert. Okay, also der Hund hier ganz rechts am Eingang, der macht gar nichts, ne? Okay. Machen wir diesmal nicht die kleinen erst weg? oder geschwemmtes Treibblut kümmert oder zu cleanem doch Canal am Eingang. Sas quer es Gott? Genau was Eiwe 회? Esperen damit panic. es gibt nur da hinter mir Nimm ihn nur noch. Okay. Jetzt kommen schon die Hundis oder? Jupp. So der hier kommt nicht raus, ne? Wo ich jetzt stehe. Ne nur die da vorne. Aber irgendwo habe ich den. Warum geht der geht auf mich? Hast du irgendwas gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal hingeguckt. Ich habe ihn. Alles gut. Ich habe gar nichts gemacht. Ne, ich habe nicht mal in seine Richtung geguckt. Ja siehste, fand er vielleicht böse. Also hier macht zuerst Joven, gell? Wen? Joven. Ja. Sieh drüber. So, der guckt da viel zu hoch um zu lesen. Hehehe. Hehehe. Okay. Ich brauche nochmal eine Heilung, wenn es geht. Aber nur eine. Okay. Heiß. Jovi ist down. Okay. Jovi ist down. Okay. Jovi ist down. Jovi ist down. Jovi. Sorry, ich war gerade abgelenkt von meiner Katze. So, und jetzt weiter ran. Weiter. Mach nur mit den Musketentypen bitte weg. Der Narko versucht die Kiste Beute zu bekommen. Welche Kiste? Robert. Achso, der hat was gedroppt. Muss nur aufhängen. So, ich habe auch keinen Drop geholt. Also die Beutel bleiben ja nicht ewig liegen. Aber ich glaube, bei mir liegt, doch, der liegt da hinter der Truhe. Ja, bei mir auch. Ja, da kommt keiner ran. Was ist das für ein Scheiß? Der die Zeitung war eh verkackt. Ja. Ist aber eine sichtbare Mauer, kommst du nicht ran. Nee, kommst du nicht. Dann nehmen wir wenigstens den Lager hier mit. Ich hoffe, das war jetzt kein Missionsgegenstand hier. Das war bestimmt ein Missionsgegenstand. Nee, ich habe jetzt nur noch besiegelt. Sui Tai Ying oder so. Kommt ihr? Ja, klar. Ja. Ja. Ich bin da. Ja, ich auch. Kannst ihn an. Oh, das wieder so ne, klingst, da. Oh, das ist wieder so ne. Macht wieder so ne, klingst, da. Ja! Papa, hinter, 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 genau, obwohl der eine ist abgehauen, Kunde. Die kann man selber unterbrechen, falls ihr so skills habt, um zu unterbrechen, bitte durchspüren. Okay, jetzt ist wieder Muskete. Wir haben beide Streitags rausgenommen. Das war ja mit dem Rappen, da konnten wir noch ein paar Sachen unterbrechen, das geht nicht mehr. Ich muss nicht wirklich beurteilen. Und der hat nix gedroppt. Oh mein Gott. Und der hat nix gedroppt. Nein. Ja. Gehen wir weiter. Oh doch, immer ein Heiltrank. Mach mal die anderen Mobs bitte weg erstmal, bevor ihr Captain drauf baut, ja? Ja. 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 Ja, ja. 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 Nipp! Liegt hier was? Nooo! Frechheit. Jetzt geht hier nicht die Tür auf? Doch. Jetzt kommt... War schon beim Boss da in der Nähe? Ja. Der kommt jetzt auch? Wohin gehts Raph? Wir müssen jetzt hier rein. Ich eröffne die Tür. Der Boss ist dann Tsui Taiying oder? Ja. Genau. Die ist jetzt böse. Rafa, willst du kurz erklären? Du hast gar nicht mehr Erfahrung. Die macht alles möglich, ja. Ja. Es wäre jetzt halt wichtig, dass wir, ähm, bei der, diese Totems da hinten ins Eck setzen. Totems? Ja, reinvisieren. Die hat da hinten die Totems, ich sag euch dann an, wenn sie das macht. Und dann schauen wir, dass die Totems auch die ganze Zeit da stehen bleiben. Und dann, in der zweiten Phase, in der ersten Phase ist es egal, was wir machen, in der zweiten Phase zieht der Tank ihn dann, ähm, den Boss nach da hinten. Okay. Und die, es wäre gut, wenn, äh, der Narko ist ja noch ein Range-DD, ich heile den Heiler mit. Danke. 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 Danke.